Ungläubige haben unsere Verteidigungsanlagen. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Ich bin hier. Hört, Dämonen! Verschlingt diese verräterischen Narren! Ja, so kann man auch gewinnen. Ihr werdet in Seen aus Blut ertrinken. Ihr werdet in Seen aus Blut gebrochen. Forschung abgeschlossen. Ich bin ganz froh. Eisgrut, Ziel. Auf sie! Für den König! Eure Ehre. Verfügt über mich. Worauf wartet? Für den König. Hebt ihn mit mir. So. Oh. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Ah, mein abtrünniges Schoßtierchen Garitos. Wie ich sehe, ist euch seit unserer letzten Begegnung ein Rückgrat gewachsen. Mit euren Geisteskräften habt ihr mich schon einmal überlistet, Dämon. Es soll euch nie wieder gelingen. Wir haben eine hohe Rechnung zu begleichen. So. Wie ein Kurs. Wie ein Wälder. Ich bin. Ich bin ganz froh. Ich bin sehr froh. Ich bin ganz froh. Was ist das, was wir tun? wie ich sehe es soll seit unserer letzten begegnen ein rückgrat gewachsen geiler spruch sogar etwas macht das auch noch ein alter so dann hören wir zumindest schon an dieser seite auf und das ist ja schon eine menge wert die goldmine die menschheit ist in gefahr unsere streitkräfte werden auch hier wir menschen müssen zusammen wir menschen müssen zusammen ich hasse die arbeit mit diesen leuten worauf wartet ihr denn noch die menschheit ist in gefahr das dauert mir zu lange hier mit den tanks mit dem dampfmaschinen ja auch einmal heißen soll zerstört gezielt den altar so ich werde jetzt weiterhin verhindern dass von hier angegriffen gegen mich gestartet werden ich bin ganz froh unsere Brüder brauchen Hilfe! Unsere Goldmühle gibt nicht mehr viel her! Ich bin hier. Es ist an der Zeit Rechnungen zu begleichen. Hm. Hm. Ah. Dann zurück. Ja, jetzt wieder. Was bringt ihr das? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier sicher. Ich bin hier. Dann kommt ihr wort? Boah. Ah! 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 Und weiter, weg! Asperse zu sein. Ichaca, barange! Gute kn Mutter! es ist auf die dauer natürlich sehr kostspielig hier alles ich bin ganz unsere goldmine ist ein gestürmt unsere streitkräfte wird angegriffen allen erforderlichen mittel unsere brüder brauchen ich wünsche nur zu dienen ja mein menschen müssen zusammen dadurch dass war die matras jetzt nicht mehr dabei sein wird habe ich einen kleinen vortrag ich bin hier es ist es ist es ist an der Zeitrechnungen zu erreichen zeigt mir ein Ziel niemand darf überleben ich habe einen tollen Wert ich habe einen tollen Wert ich habe einen tollen Wert